Es kann ja sein, dass wir den ersten Anfang der Geschichte mitkriegen, außer jetzt bei den Säulen. Ach ne, wir sind ja direkt gestartet. Dann wird es wahrscheinlich das Video kurz nicht geben. Sorry. Ich hab was verpeilt. Was hier? Ja, mal was normales, wenn es direkt was, oder was nicht normales, wenn es direkt funktionieren würde. Ja, wir starten direkt hier. Vorgeschichte fehlt mit dem, wir haben die Säulen getroffen und die Sache wird nicht so groß passiert, wie er aufgespiegst wurde. Naja. Ich habe zwei Sachen schon gefunden, dann habe ich realisiert, es hat nicht funktioniert im Stream. Vielleicht für YouTube, dass ich die Szene einfach online finde und nochmal einfüge oder später nochmal in der Galerie finde. Und hier war noch eine Erinnerung. Die lag hier. Die habe ich auch schon eingesammelt. Mehr habe ich da nicht gemacht. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Was, Leute? Ah, das ist der Schatten. Ich dachte, das ist das Rot. Da liegt Blut. Irgendwas ist hier passiert. Wait what? Okay. Das ist mal eine große Vase. Mal hier reingucken. Dann kann ich nicht. Ah, da kann ich. Okay. Raus will ich erstmal noch nicht gehen. Ich bleibe erstmal hier drin und gucke mich um. Das ist ein großes Haus. Betreten. Ah, das kann ich alles betreten. Ich weiß nicht, ob ich das betreten möchte. Lass mal hier gucken. Okay. Ähm. Warte, ich habe mal eine Karte. Hilft die mir weiter? Hm. Von da unten komme ich her. Dann gehen wir oben in den Garten, glaube ich. Es ist grün draußen. Es wird ein Garten sein. Ach, guck mal, Blümchen. Oh, das ist was. Schmetterlinge. Hä? Schmetterlinge. Ja, schön. Es sind gelbe. Es sind Monarchfalter, glaube ich. Kann das sein? Halt still. Können hinkommen. Können auch schauen. Es sind gelbe Schmetterlinge. Okay, ich hoffe. Ich kenne mich auch nicht so modsmütig mit Schmetterlingen aus. So ein paar kenne ich. Ja, wir gehen einfach. Tschüss. War schön hier. Nein, ist jemand. Aui. Ist das, glaube ich. Doch. Doch, ja, doch. Das ist sie. Hallo. Die guckt immer so gut. Sie sieht nicht fröhlich aus. Ja, ich bin jetzt. Ich bin so gut. Hier ist ein Ort, der bei einem Körneren aufgetragen. Das ist natürlich auch ein Ort, der sich in den Arbeit zu machen. Wir müssen uns nicht schäuern. Dann sind wir jetzt natürlich. Aber ich bin so gut. 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 Waffe? Nee, den Wirbel hat man nicht gesehen. Wer den Anime kennt, wir waren wirklich bei den Säulen kurz. Und wie dann der Chef kam, war vorbei, die Cutscene. Nesuko wurde noch gepokt. Weiß ich aber nicht. Oh, warte mal, da ist was. Da ist was, ich seh's bei der Karte. Wie geht's dann? Mal dran vorbeilaufen. Achso, das sind wahrscheinlich die anderen... Ich kann wahrscheinlich überall auf dem Haus raus. Da unten ist noch was, dann bin ich auch richtig gelaufen. Da oben ist noch Star. Okay, sie ist... Ah, da sind noch zwei, also können wir die noch... Nicht aus Versehen wie die Cutscene triggern, dass das weitergeht. Wie das letzte Mal. Noch eine Erinnerung. Das sollte man tun. Aber aufs Scream. Sind ja einfach nur Powerpoint Slideshows von dem, was im Anime passiert. Ich weiß nicht. Ich will mir das Fenster gucken. Was muss er denn dort nach Schlafz... Nein... Das ist ja ein Arbeitszimmer. Naja, vielleicht ist das Schlafzimmer. Das ist ein Arbeitszimmer. Ach da sind die drei Mädels! Das war's für heute. Das war's für heute. moui tak na ja da gerade die halle sie und auch starke damit das noch sie noch was aber nicht sie war rück war oder dass das kräftige ausprobieren bevor es weitergeht mit training da ist noch eine erinnerung da wäsche drin was soll denn da haben wir reis in den kölben drin also wäsche sein macht mehr sind waren hier noch einmal da oben sind noch punkte und ein teich schon gehen das ist doch ziemlich flach aus wenn weiß der schmetterling gibt es auch blau also ein ding habe ich auch mal modelliert ein bisschen anders aber so ähnlich ok da sind die anderen zwei aber hier war noch irgendwo was blaues blümchen aber ich bin kein ich ja nicht aus vielleicht weil die weißen was die jungs wollen das sieht so traurig aus So, ich gucke jetzt. Was geht? Er wird etwas deprimiert. Genau. Ja, genau. Du hattest jemanden, nicht wahr? Wie war das? Wer war das? Besonders gesehen! Vielleicht... Du hattest jemanden, nicht wahr? Du hattest jemanden, nicht wahr? Du hattest jemanden, nicht wahr? Dieses Gespräch ist vorbei. Aber da war ein Mädchen dabei, in den Säulenfraktionen. Puh. Okay, nehmen wir da rein. Kann ich irgendwo anders rein nehmen? Aufgetaucht ist nichts. Nö. Ab ins Bett. Wir gehen wieder ausruhen. Aufgetaucht. 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 Wir sind weg. Sie muss in der Kiste schlafen, kriegt sie kein Bett. Im Anime hat sie ein Bett gekriegt, ein eigenes Zimmer sogar. Könnte aber auch an diesem Monster sein, das fühle ich mich in der Gefahr. Er ist ein bisschen wie möglich, aber ich habe das Gefühl, dass ich an der Schwarz-Morflug im Englisch denke, dass das Kind noch so viel zu vermitteln ist. Das ist ein wenig, dass ich mich sehr wohl im Englisch gesehen habe. Ja, aber ich habe das Stimme, dass das Geh-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem. Ja, das ist ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 Das unhöfliche Schwert vor sich liegen zu haben Ja, so Ich sah so ein Random Fact, den ich irgendwo mal aufgegriffen hab Wenn bei den Samurai Zu Besuch ist Ist es ganz wichtig, wo das Schwert liegt Ist es vor einem Oder rechts neben einem Ist es eine Drohung? Oder man vertraut einfach dem Gegenüber nicht? Und hat man es dann links Dann ist man friedlich da Irgendwann dann mal aufzunehmen Ich weiß noch nicht mehr wo Meist mal unhöflich, die haben das Schwert vor sich gehabt Das ist eine Drohung Man sollte seinem Boss nicht unbedingt drohen Das ist nicht so smart Das ist ein Problem Omnipiel Die Handelshung Das ist eine Drohung Jetztו die Hund Ich weiß nicht mehr wo Barbar Ein Herz Man sollte den Bisschen weg In pumpkin